Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Live. In dieser Folge werde ich das Haus bauen und darum werdet ihr jetzt eine kleine Timelapse sehen. Ich weiß noch nicht wie weit ich baue, aber mal gucken halt. Gut, dann viel Spaß mit der Timelapse. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.